Agatha und ihre Kolleginnen und Kollegen durchlebten eine Periode tiefer Trauer und Traurigkeit aufgrund des kürzlichen Verlusts von Patienten in der Kinderstation des Krankenhauses. Verzweiflung lag in der Luft, als ein Teenager atemlos und mit zitternden Händen durch die Türen des Krankenhauses stürmte und eine geheimnisvolle Schuhschachtel hielt. Was Agatha in dieser Schachtel finden würde, würde alle verblüffen, kurz davor, etwas wahrhaft Erstaunliches zu erleben. Agatha war eine engagierte Krankenschwester, die auf der Kinderstation eines großen Krankenhauses arbeitete. Sie liebte ihren Job zutiefst, war sich jedoch auch der außergewöhnlichen emotionalen Last bewusst, die damit einherging. Jeden Tag erlebte sie den Mut und die Zerbrechlichkeit kranker Kinder, ihre Familien, die verzweifelt auf Hoffnung hofften, und oft die harte Realität des Lebens. Agatha hatte von klein auf beschlossen, Krankenschwester zu werden. Der Samen dieses Wunsches wurde während einer Busfahrt gepflanzt, als sie noch ein Kind war. Sie war auf dem Weg, um ihre Großmutter in einer weit entfernten Stadt zu besuchen, begleitet von ihrer Mutter. Die Nacht brach schnell herein und es lagen noch viele Stunden auf der dunklen Straße vor ihnen. Der Bus setzte seine Reise mit den schläfrigen Passagieren, die es sich gemütlich auf ihren Sitzen bequem gemacht hatten, fort, als etwas Schreckliches geschah. Ein Tier überquerte unerwartet die Straße und zwang den Fahrer zu einem plötzlichen Manöver, um eine Kollision zu vermeiden. Das abrupte Manöver ließ den Bus umkippen und verwandelte die Szene in ein sofortiges Chaos. Menschen wurden aus ihren Sitzen geschleudert, und das Innere des Busses füllte sich mit schreiendes Terrors, Weinen und Verzweiflung. Zerbrochenes Glas und umherfliegende Gegenstände machten die Szene noch chaotischer. Agatha und ihre Mutter wurden auf die gegenüberliegende Seite des Aufpralls geworfen, wobei der Bus nun auf dem Dach lag. Menschen gerieten in Panik, waren völlig desorientiert und nach dem Unfall verloren. Agatha und ihre Mutter waren zwar leicht verletzt, aber in Sicherheit. Doch unter den Passagieren herrschte Chaos. In diesem kritischen Moment trat eine mutige Frau als unwahrscheinliche Anführerin hervor. Sie begann, die Situation der Verletzten einzuschätzen und andere zur Hilfe anzuleiten. Niemand wusste, wie lange es dauern würde, bis die Rettungskräfte eintreffen würden, aber diese Frau schien genau zu wissen, was zu tun war. Sie koordinierte die Rettungsmaßnahmen und verteilte Aufgaben. Agatha beobachtete mit Bewunderung die Dringlichkeit und das Können, mit denen die Frau die Situation meisterte. Die Situation wurde noch beeindruckender, als die Frau eine Herzmassage an einer schwer verletzten älteren Dame durchführte und sie ins Leben zurückholte. Es war ein Moment des Wunders und der Hoffnung mitten in der Tragödie. Als die Rettungsteams schließlich eintrafen, setzte die unermüdliche Frau weiterhin Diagnosen und Informationen über jeden der Verletzten durch, um sicherzustellen, dass alle die erforderliche Hilfe erhielten. Erst nachdem sie sich vergewissert hatte, dass alle versorgt wurden, erlaubte sie sich endlich, sich hinzusetzen, erschöpft, aber zufrieden, in dieser schrecklichen Situation einen Unterschied gemacht zu haben. Agatha, tief beeindruckt von der Leistung der Frau, näherte sich ihr und fragte, wie wussten sie, wie man all diese Dinge tun? Wie wussten sie, wie man sich um jeden dieser Menschen kümmert? Ich bin Krankenschwester und arbeite in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Ich stehe täglich extremen Situationen gegenüber, sagte die Frau mit einem ruhigen, aber erfahrenen Blick. Agatha hörte ihre Worte mit Bewunderung und wachsender Entschlossenheit. Agatha verstand nicht vollständig, was es bedeutete, Krankenschwester zu sein, aber sie wusste, dass sie genau das tun wollte, was diese Frau an jenem Tag getan hatte. Als es an der Zeit war, ihren Beruf zu wählen, hatte Agatha keine Zweifel. Sie wusste von klein auf, dass ihr Schicksal darin bestand, Krankenschwester zu werden. Die Überzeugung, die sie seit jener schicksalhaften Nacht im Bus über die Jahre hinweg getragen hatte, lenkte jeden Schritt ihrer Ausbildung und beruflichen Laufbahn. Nach Jahren des Studiums und der Hingabe war Agatha endlich bereit, ihre Karriere als Krankenschwester zu beginnen. Zu ihrer Überraschung war die Stelle, die sie bekam, jedoch nicht in einem Krankenhaus-Notfallraum, wie sie gehofft hatte, sondern auf der Kinderstation. Anfangs war Agatha ein wenig enttäuscht. Sie hatte sich vorgestellt, dass ihre Reise an vorderster Front beginnen würde, mit Notfallsituationen und lebensrettenden Maßnahmen genau wie die mutige Frau, die sie in jener schicksalhaften Nacht inspiriert hatte. Die Pädiatrie schien weit entfernt von ihrer ursprünglichen Vision zu sein. Als Agatha begann, auf der Kinderstation zu arbeiten, erkannte sie schnell, dass sie auch dort einen Unterschied machen konnte. Sie pflegte kranke und verletzliche Kinder, jedes mit seinen eigenen Kämpfen und Herausforderungen. Sie sah Mut in ihren kleinen Gesichtern, Entschlossenheit in ihren Augen und die Stärke, die sie selbst in den schwierigsten Umständen zeigten. Auf der Kinderstation fand Agatha nicht nur ihre Berufung als Krankenschwester, sondern entdeckte auch, dass es unmöglich war, sich nicht tief in die Geschichten einzufühlen, die sich dort abspielten. Jedes Kind, das sie pflegte, bewegte ihr Herz auf eine tiefgehende Weise. Doch es waren nicht nur die Kinder, auch deren Familien wurden zu einem integralen Bestandteil ihrer Reise. Agatha und ihre Kolleginnen waren nicht nur Gesundheitsfachkräfte, sie wurden auch die besten Freundinnen und Vertrauten der Mütter und Väter, die Tag für Tag ihre Kinder begleiteten und tapfer an ihrer Seite kämpften. Zusammen mit diesen Familien teilten sie Lächeln und Tränen, Geschichten der Hoffnung und Momente der Verzweiflung. Eine bestimmte Familie wurde für Agatha besonders wichtig. Es war die Familie von Dori, einem wunderbaren Mädchen, das von klein auf gegen eine seltene Krebsart kämpfte. Dori verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens im Krankenhaus und musste schmerzhafte und schwierige Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihre Mutter, Nadine, war ein Beispiel unerschütterlichen Glaubens und glaubte fest daran, dass ihre Tochter sich erholen und ein normales Leben wie alle anderen Kinder führen würde. Agatha entwickelte über die Jahre eine tiefe Bindung zu Dori und ihrer Familie. Sie war Zeugin von Doris Mut und Nadines Entschlossenheit, die immer an der Seite ihrer Tochter war, sie unterstützte und an ihre Genesung glaubte, selbst wenn der Weg schwer war. In diesem Jahr war Dori wieder über die Feiertage zum Jahresende im Krankenhaus und Agatha war fest entschlossen, den Heiligabend für die Familie unvergesslich zu machen. Sie bereitete liebevoll ein besonderes Weihnachtsessen vor, mit all den Lieblingsspeisen von Dori und einem Christbaum, der mit von den Kindern der Kinderstation handgefertigten Ornamenten geschmückt war. Agathes Geste endete jedoch nicht dort. Sie brachte auch ihre eigene Familie mit, um die Feier im Krankenhaus zu begleiten. Ihre Liebsten waren mehr als bereit, an dieser einzigartigen und bedeutsamen Erfahrung teilzunehmen. Die Familie von Agatha und die Familie von Nadine versammelten sich in einer festlichen Atmosphäre auf der Kinderstation. Agatha war die Mutter eines Sohnes namens Gustav, einem 13-jährigen Teenager mit einem großzügigen Herzen und tiefem Respekt für seine Mutter. Gustav verstand, dass seine Mutter jemand Besonderes war, jemand, dessen Mitgefühl und Engagement weit über das hinausgingen, was oberflächlich sichtbar war. Oft kam Agatha mit einem traurigen Ausdruck nach Hause, erschüttert von den Verlusten und Herausforderungen, denen sie im Krankenhaus begegnete. Gustav verstand jedoch, dass das, was seine Mutter so besonders machte, nicht nur ihre Fähigkeiten waren, sondern auch die Art und Weise, wie sie ihre Patienten betrachtete. Für Agatha waren diese Kinder nicht nur Namen auf einer Patiententafel, sondern Leben, Familien, Träume und Zukunft. Es war nur ein weiterer gewöhnlicher Arbeitstag für Agatha, oder zumindest schien es so. Als sie jedoch an diesem Tag im Krankenhaus ankam, war etwas anders. Ein Gefühl der Beklommenheit lag in der Luft, als ob das ganze Krankenhaus in einer schweren Atmosphäre gehüllt wäre. Agatha wurde von einer ihrer Krankenschwestern mit einem ernsten Gesichtsausdruck begrüßt. Die Kollegin informierte sie mit besorgter Stimme, dass Dori, das Mädchen, zu dem Agatha eine besondere Verbindung hatte, auf die Intensivstation verlegt werden musste. Doris kleiner und zerbrechlicher Körper schien der Krankheit zu erliegen. Agathes Herz sank, als sie die Nachricht hörte. Sie wusste, dass die Situation ernst war und dass Dori einem noch schwereren Kampf gegenüberstand als zuvor. Ohne zu zögern eilte Agatha in den Warteraum der Intensivstation, wo sie Nadine, Doris Mutter, vorfand. In diesem Moment waren keine Worte nötig. Agatha umarmte Nadine einfach herzlich und tröstend. In diesem Moment betrat der diensthabende Arzt den Warteraum und überbrachte die Nachricht, vor der sich alle tief in ihren Herzen gefürchtet hatten. Sein Ausdruck war ernst und traurig, und die Worte, die er sprach, trafen alle Anwesenden wie ein Schlag in die Brust, Dori hat sich von ihrem Leiden erlöst. Nadine, die Mutter des Mädchens, stieß einen Schmerzensschrei aus und Tränen überfluteten ihre Augen. Agatha, die so viele besondere und schwierige Momente mit Dori und ihrer Familie geteilt hatte, fühlte ihr Herz brechen. Die Tage, die auf Doris Verlust folgten, waren für Agatha unglaublich schwer. Den Verlust ihrer am meisten geschätzten Patientin zu erleiden, war eine verheerende Erfahrung, und die Nachricht von weiteren Verlusten auf der Kinderstation machte alles noch erdrückender. Es war, als ob eine Wolke der Traurigkeit über dem Krankenhaus hing. Der Verlust eines Kindes war ein unvorstellbarer Schmerz, nicht nur für die Familien, sondern auch für die Gesundheitsfachkräfte, die sich um sie kümmerten. Das Personal der Kinderstation teilte eine kollektive Trauer, und es war auf den Gesichtern aller sichtbar. Die Begeisterung und Energie, die einst die Umgebung erfüllten, hatten der tiefen Traurigkeit Platz gemacht. Angesichts der intensiven Trauer, die über der Kinderstation schwebte, fand Agatha, eine Frau von großem Glauben, einen Moment der Stille, um in ihrem Herzen ein Gebet zu sprechen. Gott, so viele Todesfälle haben uns in diesen Tagen unermessliche Traurigkeit gebracht. Wir brauchen ein Wunder, um weiterhin zu glauben, dass es Hoffnung für diese Kinder gibt, um die wir uns jeden Tag kümmern. Lass uns ein Wunder erleben. In diesem Moment stürmte Agathes Sohn, Gustav, durch die Türen des Krankenhauses, eine Schuhschachtel in seinen zitternden Händen haltend. Agathes Gesicht füllte sich mit Überraschung und Verwunderung, als sie ihren Sohn in einer so unerwarteten Situation sah. Sie öffnete die Schachtel und konnte kaum glauben, was ihre Augen fanden. In der Schachtel lag ein Baby, so klein und zerbrechlich, dass es erst wenige Stunden alt zu sein schien. Sie rannte mit dem Baby in den Armen, während Ärzte und das Personal sofort mobilisiert wurden, um die Situation zu bewältigen. Gustav, immer noch zitternd vor Emotionen, erklärte, Was passiert war, Mama, meine Freunde und ich spielten Fußball auf einem nahegelegenen Platz, als der Ball in eine Ecke rollte, wo diese Schachtel zusammen mit einigen Müllsäcken lag. Wir hörten ein Geräusch von innen und fanden dieses Baby. Ich wusste, dass du helfen würdest, also lief ich hierher. Das Baby, das in der Schuhschachtel gefunden wurde und bei der Rettung nur wenige Stunden alt war, wurde zum Mittelpunkt eines Stroms aus Liebe und Fürsorge, der das gesamte Team von Krankenschwestern und Ärzten im Krankenhaus vereinte. Es blieb im Krankenhaus und erhielt die notwendige medizinische Versorgung, während es tapfer um sein Leben kämpfte. Innerhalb weniger Tage war es dank der unermüdlichen Bemühungen des medizinischen Teams und des Überlebensgestes des Babys außer Gefahr. Trotz der Bemühungen der Polizei wurde die Mutter des Babys nicht gefunden und die Umstände seiner Aussetzung blieben ein Rätsel. Die Geschichte des Babys in der Schuhschachtel verbreitete sich bald durch Zeitungen und Nachrichtensendungen und machte Schlagzeilen, die das unglaubliche Wunder des Überlebens dieses verletzlichen Kindes hervorhoben. Die Nachricht berührte die Herzen vieler liebevoller Familien, die bereit waren, das kleine Wunder in ihr Leben aufzunehmen. Für Agatha war das Miterleben der Genesung des Babys und all den Umständen, die seine Entdeckung umgaben, das Wunder, um das sie in ihrem stillen Gebet gebeten hatte. Sie sah den Beweis, dass selbst inmitten von Trauer und Verlust das Leben siegen und die Hoffnung wiederhergestellt werden konnte. Das Baby im Schuhkarton hatte tatsächlich Licht und Bedeutung für alle Beteiligten gebracht und sie daran erinnert, dass es selbst in den dunkelsten Momenten noch Leben, noch Hoffnung gab. Seine Geschichte war der Beweis dafür, dass die tägliche Arbeit in dieser Kinderstation nicht umsonst war, sondern vielmehr eine Mission der Liebe und Fürsorge, die Leben verändern konnte. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, bitte geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ich ermutige Sie auch, einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5 zu hinterlassen, um zu zeigen, wie sehr Ihnen die Geschichte gefallen hat. Vergessen Sie nicht, auch das Video anzusehen, das jetzt auf Ihren Bildschirmen angezeigt wird. Auf Wiedersehen!